hallo liebe freunde und willkommen zu einer neuen folge von dead by daylight heute mal wieder mit meinem lieblingscharakter mit jake ein bisschen was von allem steht heute an also ja es ist ein bisschen gemischt totems gens ich muss leute vom haken retten schauen wir mal ist das schon der erste jane da vorne ja aber ich weiß dass hier einer ist ich auch mein übliches glück wo kommt die m und hier ist nicht die ganzen Fälle zuerst oder Fynn 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 Wieso geht es auf einmal hier gar nichts okay ich suche mir einen anderen jen ich würde ja mal versuchen auf okay sie hat jemand anders ich kann in ruhe reparieren ja wahrscheinlich wird Bill auch der der den Bill spielt auch großes interesse daran haben den zu retten bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher ja der ist sogar schon da ah fucking Camper oh jetzt spielt er mit dem Camper Katz und Maus das mag ich okay warum kann es sein dass er einen Perk drin hat wenn er diese Fähigkeit checkt verkackt dass das Ding nicht hoch geht das würde erklären warum das Ding jetzt schon zweimal stehen geblieben ist ich habe noch keine Totems gefunden muss ich gestehen die kommt direkt auf mich zu konfrontation mit der jägerin muss ich aber sagen habe ich jetzt relativ wenig oder auch doch nicht selben keller da unten es gibt ich hatte eigentlich gehofft die ist weiter weg die jägerin schauen wir mal wie gut die im versteckten das konnte die unmöglich sehen fach verdammtes glück Scheiße, sie kommen zurück. Von wo? Fuck. So war das definitiv nicht geplant. Bleib schön dahin. So did's aim. 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 Ich hole dich da raus. Versprochen. Irgendwie hole ich dich da schon raus. Okay. Wenn die es zum Tor schaffen, kann ich das Ding aufmachen und wir sind frei. Muss ich hier irgendwie rauskriegen. Ja. Okay, die laufen zum anderen Tor. Scheint es geöffnet zu haben. Gut, dann nehme ich das hier. Hoffe ich mal, dass sie rauskommen oder braucht man hier nur eine? Okay, der ist raus. Das ist mit dem anderen. Mocht der noch Hilfe? Nein, dann bin ich auch weg. So macht das Spaß, mit schön viel Herzschlag. Okay, Selbstlosigkeit habe ich nicht ganz so viele Punkte, da spreche ich mich schuldig. Das war anders geplant. Oh, goldene Lichtgestalt. Ja gut, aber trotz allem war das ganz nett. Ja, das war's. Wie immer in der Videobeschreibung findet ihr einmal den Link zu meinem Server und auch einmal den Link zu Dead by Daylight Germany, wer da mal vorbeischauen möchte. Und dann nach einer schönen gelungenen Runde, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen essen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.